Naja, nicht beruhigend ist, dass hier ein fettes Schloss vor der Tür ist. Hahaha, ich höfst ja. Nö, ich bleib jetzt hier. Für den Rest meines verdammten Lebens. So, ist doch schön hier. Ich hab mein Regal. Oh, guck mal, ne Kiste. Oh, guck mal, streichel ich da. Da hab ich wieder sechs. Guck mal, Lampenmüll. Hehe. Ah, naja, gut. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, ne? Muss halt so viel anmachen wie möglich. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Ich bin weg. so ich habe jetzt meine Mutmütze auf jetzt schaffe ich das nämlich jetzt bin ich stark pass auf ich gehe da rein wie ein Mann das darfst du heutzutage nicht mehr sagen ich gehe rein wie ein Mann und komme raus wie eine Frau oder so das klingt ja sexist ach du Scheiße hat mal einer ein Maschinengewehr für mich oder so schauss 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh mein Gott. Bruder. Das war ein Streichhölzer. Ich will die Streichhölzer. Na, traust du dir nicht hinterher, wa? Du dumme Sau. Komm her, nun. Reiß den Arsch auf. Ich schaff das. Hey Katze. War ich nicht. War ich nicht. Das war der andere da drüben. Ich will jetzt auch kein Licht anmachen, ne? Aber... Hallo. Hallo. Hey, Brudi. Du bist ganz schön dumm, kann das sein? Ich bin ein komisches Krabbelvieh. Ich bin hässlich und ich stinke. Ich bin hässlich und ich stinke. Ne, das war ich. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ja. Okay, okay. Ich lasse die Tür ja auf. Ist ja gut. Juhu. Erstmal einen dicken Zug nehmen. Riecht nach Frau. Oh, wenn du das nächste Mal kommst, ne? Kriegst du den Stein in die Fresse? Ich war das nicht. Hab nichts gemacht. Und ganz friedlich. Tschülü. Tschülü. Oh. Hm. Frauenfüße. Riecht gut. Ähm. Mach mal nicht. Bleib mal, bleib mal da oben. Ah. Mir juckt die Nase. Ja. Uli, warte mal. Wo ist die Kackpratze denn hin? Jetzt mal für die ganz Doofen, ne? Ja, ist ja gut. Wir sind in Sicherheit. Natürlich. Da vorne stehen drei von den Homies und wir sind in Sicherheit. Na klar. Schön, dass ihr euch einen Penis anguckt. Können wir vielleicht Freunde sein? Ich würd ganz gern... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mach nicht so'n Lärm. Oh, das macht Lärm. Das ist halt jetzt die Frage. Wenn ich das dreh, kommen die hier runter? Ich kann das nicht drehen. Hm? Ich muss nur leise sein. Immer so'n... Oh, das dreht sich scheiße. Nein! Ey, das haben die richtig doof gemacht irgendwie. Oh, das ist... Nein, 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 nein. Ich will das sogar leise. Upsi! Ah! Jetzt! Ah! Lauf, 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 lauf! Ah! Heilige Scheiße! Renn, 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 verdammt, renn, renn! Mach die... Tür zu! Ah! Mami! Ich bin's Tassi! Lauf, lauf, lauf! Kriech, kriech, kriech! Mach was sonst! Beweg dich! Schneller, schneller, schneller! Ja, erstmal hinknien! Ach, da kommt... Da kommt das Ding jetzt nicht durch, oder was? Danke! Da kommt das Vieh durch! Mach! Ich reg mich nie wieder auf, wenn so viel da nicht durchkommt! Ich reg mich nie wieder da drüber auf! Da! Nee, da ist kein... Mami! 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 Woli! Brüder... Durch! Alter, meine Nachbarn müssen auch rausdenken. Ich hoffe, das hört man nicht. Ey, ist das da? Schweißausbrüche. Ich mein, war easy. Gar keine Angst gehabt. Monster. Jetzt glaubt. Oh, da ist das Ding. Ja, hier. Zack. Rein. So, hier. Lampe nachfüllen. Knöpfchen drücken. Und ab geht er. Und das Knöp... Drück den Scheiß... Funktionier. Funktionier doch. Du dumme Sau. Funktionier! Wieso geht das nicht? Ich hab doch alles gemacht, was du wolltest. Mach jetzt. Ach so. Ich drück zu oft. Hallo, das war doch eben. Hä? Kann ich da jetzt durch? Nein, kann ich nicht. Hä, wieso kann ich denn da nicht durch? Weil die Dinge nicht ausgerichtet sind. Natürlich. Habe ich gar nicht alles schon gemacht. Komm, Sau. Ja, ich hab's dir eine hochschwangere Frau durch die Schweiße. Was soll denn der Mist? Ich hab's dir eine hochschwangere Frau durch die Schweiße. Au. Das hab ich alles schon längst fertig gehabt, Mann. Welche Sau hat denn das wieder kaputt gemacht? Stimmt, diese hässlichen Kuhle. Halt ihn, das ist jetzt. Ich hab nicht gesagt, ihr seid hässlich. Kuhle, Kuhle. Kuhle, Kuhle. Was muss ich denn jetzt... Oh. Ich glaub, der ist gestorben. Hier, Wichser. Ihr könnt mich alle mal. Kreuzweise. Ein Portal zwischen den Welten aktiviert. Bruder. Konnt nichts machen. Bin unschuldig. Achso, das ist jetzt im Spiel. Ich dachte gerade, warum klappert mein Stuhl? Aber da geht eine Uhr. Okay. Boah, ist das Kind vielleicht gestorben? Weil sie weint jetzt? Mama, sie ist so, don't you cry. Tick, tack. Wenn sie das so ein letztes Mal am Arm hielt oder so, hat sich das eben angehört. Entspann dich. Nein, nein, nein. Fuck. Was auch das Fleisch war, ich glaube, es hat das Portal kaputt. Ich glaub, wir sind in die falsche Welt gekommen. Äh, solange hier diese komischen Ghule nicht sind, ist alles cool, ne? Ich geh überall hin, wo die Viecher nicht sind. Wegen denen hab ich Streichhölzer verpasst. Das ist uncool. Oh, hier gibt's wieder so ne hässlichen... Oh, diese Kackrätsel. Hab ich hier jetzt irgendwie... Ah, ne, nicht wirklich. Boah, ich kann da lang? Ich kann auch da hoch. Ich mein, hier sieht's zumindest ein bisschen, Freund. Ja, was heißt freundlicher? Oh, nee. Du willst mir jetzt nicht nochmal sagen, dass ich nochmal so'n Scheiß machen muss. Und wen beten die hier an? Und warum sind das nur... Frauen, die hier beten? Oder? Sind das... Ja, sind Frauen. Oder die wurden, ähm... zu ein Nuchen gemacht. So, ich nehm das Ding hier mal mit. Guck mal, was für ne gute Idee das war. Hallo. Bisse Licht. Ach, du heilige Scheiße. Auf was für Friedhof bin ich denn jetzt hier gelandet? Muss ich das Ding mitnehmen? Eventuell, maybe, vielleicht. Hat es hier noch Macht? Einmal nicht. Huch. Ja, dann nehm ich das. Nicht auch fein mit. Oder brauch ich... Hä? Hä? I don't understand this schon wieder. Also, Rätsel sind mir einfach zu schwer, ne? Das Spiel ist einfach... Ein reines Rätselspiel, was mir zu schwer ist, Kappa. Aber wenn ich das jetzt hier hinbringe, leuchtet das aber auch, ne? Ah ja, klar, weil da das Ding da... Stimmt, das brauch ich. Ah, vergessen. Gut, wo ist hier so'n leuchtendes Teil an der Decke? Einmal bitte melden. Hello? Hier nicht. Aber ich komm hier auch nicht durch, ne? Also, irgendwo muss ja was sein. Ah, sieh. Leiter. Ist das eigentlich grad hell genug? Doch, klar. Ich hab das Spiel ja beim letzten Mal heller gestellt, ne? Ähm, ja. Leiter. Nicht viel Leiter. Hello? Ja, das war jetzt, äh... Nicht so super. Hä? 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 Äh? I don't understand this. Ah. Ah. I see. Aber warte mal, wenn ich den jetzt wegnehme Ist hier noch einer? Muss ich vielleicht eine Spur damit legen? Aha Aber das geht ja wieder nicht, ne? Muss ja in der Nähe von diesem Licht sein Hier oben war aber auch keine Hier ist geschlossen Die Schlosseneh-Gesellschaft Ja genau, ok Hallo Wo hat der? Das ist hier Warte mal, das komische Kind hat er gerade getreten Also nicht das komische Kind, sondern das Kind So, wenn ich das jetzt mitnehme Pfeifert Weil ich bin's nämlich Merkt euch das Oh, guck mal Jetzt ist nochmal Wir sind mit Lampenöl zugeschissen Lampe ist full, ne? Ich hab schon gesehen, dass auf dem Tisch das letzte Teil steht Was wir brauchen Ich gucke mir mal hier die Schriftstücke an Und den Teller Der Kein Teller mehr ist Hab kaputt gemacht Oh, in dieser Welt haben sie auch Streichhölzer Sympathisch So Ich setze hier mal sogar Bis ans Maximum Bis hier Damit ich den möglichst possiblen Weg gehen kann Okay Theoretisch Ich glaube Ich brauche noch einen vierten Mal gucken Wer weiß, was jetzt passiert Vielleicht aktivieren wir damit ja irgendein Licht Und dann Irgendwie hier weitermachen Was geht? Hat funktioniert Irgendwie hier Kannst du dir bitte eine Hose anziehen? Hä? Was ist das? was kann ich das ding vielleicht mitschicken kann ich das jetzt nochmal machen ein ein